Ich bin seit 20 Jahren hier und bewege diesen Kran. 900 Tonnen, die natürlich nur im Team zu bewegen sind. Und demzufolge ist Werftarbeit Teamarbeit. Nachwuchs ist wichtig, besonders für uns in dieser Region. Wir bilden hauptsächlich Metallberufe aus. Zurzeit haben wir 23 Azubis. Wir freuen uns über jede Bewerbung, die wir bekommen. Wir versuchen, so viele junge Leute für unseren Beruf zu faszinieren und zu begeistern. Das Arbeitsklima ist hier perfekt. Und ich danke meinem Meister dafür, dass er mir die Möglichkeit gibt, mich weiterzubilden. Und das habe ich gerne angemacht. Bei unserem Handler sind Russe, kolonische, türkische Mitarbeiter, deutsche Mitarbeiter, internationale Arbeiter. Und wir gehen mit uns ganz gut um. Ich bin seit 1987 auf der Werft, habe F-123 und F-124 mitgebaut. Jedes Projekt war ein Highlight. Als Vater einer Soldatin sehe ich als unsere Pflicht an, dass wir ständig Qualität liefern, dass die Jungs und Mädels im Einsatz immer sicher sind und gesund nach Hause kommen. Ich bin in dritter Generation an der Werft. Mein Opa hat 1950 hier begonnen. 1976 kam mein Papa dazu. 40 Jahre Werft. Die Werft ist unser Leben. 1. Wie 않은 David ist unser Leben. 40 Jahre Märe. Tag 1. 15 Jahre Märe. 15 Jahre Märe. 15 Jahre Märe. Vielen Dank.